Musik Bill Kaulitz, total am Boden Wassermassen, fluteten sein Zuhause. Seine Villa wurde überschwemmt und ist für mehrere Monate unbewohnbar. Davon berichten der 3-4-Jährige und sein Bruder Tom Kaulitz jetzt in ihrem Podcast Kaulitz Hills Senf aus Hollywood. Kürzlich waren die beiden noch gemeinsam mit Heidi Klum auf Europa-Reise und erinnerten mit Instagram-Bildern einer luxuriösen Zugfahrt an den beliebten Krimifilm Mord im Orient Express. Doch zu der Zeit strömten wohl Wassermassen in Bill Kaulitz Haus, in dem sich auch das Tonstudio der Band befindet. Tom Kaulitz und Heidi Klum seien schon vor Bill aus Europa abgereist und eigentlich beflügelt zurück nach Lea'a gekommen. Eine Assistentin habe sie dann jedoch vorgewarnt. Ihr kamen Wassermassen aus der Studiotür entgegen geflutet, berichtet Tom Kaulitz. Auslöser soll der Dauerregen in Los Angeles gewesen sein. Ich möchte auch gar nicht hingucken. Erinnert sich Bill Kaulitz an seine Gedanken während der Aktion zurück und teilt seine Verzweiflung. Ich kann es gar nicht ertragen. Der Gedanke daran macht mich völlig fertig. Ich kann jetzt erstmal nicht mehr nach Hause. In seiner Villa hätten sich emotionale Erinnerungen beider Brüder befunden, die teils von den Wassermassen zerstört worden seien. So auch Tom Kaulitz, allererste Kopfhörer. Über den Verlust all der Habseligkeiten sagt der Gitarrist. Ich bin im Schock. Mir standen die Tränen in den Augen. Ich bin im Schock. Ich bin im Schock.